Hallo liebe Schützefrau, lieber Schützemann, hier ist die Inbal von Inbalstarro.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 6. bis 12. Juli aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahresmonats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarot-Karten, wo du diese Everyday Witch-Tarot-Karten finden kannst. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Der Narr ist rausgefallen, der Narr, der steht dafür, dass man alles komplett zurücklässt. Das ist die erste Karte im Tarot. So, all das Zeugs, das ich dir mit den Karten da gelegt habe, vorbei. Der Narr hat sich gezeigt, Stunde Null ist das. Du kommst hier an den Punkt, wo all die vorherigen Legungen keine Bedeutung mehr haben. Stunde Null. Habe ich es jetzt zu Ende gesagt? Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Ich muss es jedes Mal sagen, weil sonst werden direkt Fragen gestellt. Ich spüre hier das ganz stark heraus, es hat alles keine Bedeutung mehr. Es ist so, wie wenn du alles aus den letzten Monaten wie wegwischen würdest. Es hat alles keine Bedeutung mehr. Ich habe sowieso die Titelbilder, die Thumbnails, die YouTube-Videobilder, die mache ich immer ein, zwei Monate im Voraus. Und ihr seht das Titelbild für diese Woche. Es werden alle ein bisschen frech diese Woche. Die Liebe gewinnt eine gewisse Leichtigkeit. Es herrscht ein bisschen eine, ist mir doch egal, Stimmung momentan bei allen. Und ich sehe jetzt bei dir, oder der Na zeigt sich hier, dass du, so wie auf alles, was du bisher gedacht hast, wo du was investiert hast, all das, was du aufgebaut hast, ja, du bist an einem Punkt, wo du all das einfach wegwischst. Ist mir egal, sagst du. Ist mir egal. Ich bin doch ein freier Mensch, ja. Ich bin ein freier Mensch und ich muss mich hier nicht an Dinge binden, die nicht bindend sind. Und nochmals fällt eine Karte heraus. Neun der Münzen. Unabhängigkeit. Ich mache mich unabhängig. Ja. Bei neun der Münzen genießt man das, was man hat. Mit zehn der Münzen ist man an etwas gebunden. Mit dem, was man hat, geht man Verträge ein, Partnerschaften ein, etc., etc. Und man ist gebunden. Mit neun der Münzen, Schwamm drüber, ich werde jetzt Single sein. Ich werde jetzt einfach mal meine Unabhängigkeit genießen. Das hat sich auch in der fast persönlichen Legung, hat sich das bei dir gezeigt, Schütze, dass du ein bisschen die Früchte deiner Arbeit, die Früchte deiner Bemühungen im Leben alleine genießen möchtest. Das hier muss nicht gleich eine Trennung heißen. Das hier kann auch bedeuten, dass Schütze sagt, so, ich gehe jetzt einfach alleine verreisen, irgendwo hin und gehe da einfach mal die Zeit geniessen. Okay. Die Sonne. Wow. Du hast das dringend gebraucht, Schütze, dieses Lossagen von allem und einfach mal mit dir sein. Mit dir sein. Die Sache ist ja, Kelche und Münzen sind introvertierte Elemente. Münzen sind passiv, Kelche sind auch passiv. Die Gesellschaft macht Kelche, macht die Liebe zu etwas Aktivem. Liebe ist eigentlich passiv, man versprüht es so oder so. Schwerter und Stäbe sind zielgerichtete Elemente. Ja, die Leidenschaft, die geht wohin. Die Wörter, die gehen zu einem anderen Objekt. Und du genießt es jetzt einfach mal, passiv zu sein. Nichts geben, nichts sagen, nichts tun. Einfach mal in dich selbst zu investieren. Du spürst hier eine enorme Befreiung aus der Befreiung. Ja. Das hier ist nicht einfach nur ein Klassenausflugabbruch. Das hier ist Befreiung. Die Sonne, die glücklichste Karte im Tarot. Ich sehe hier eine schwangere Dame, die sich sagt, ich muss mir diesen Kerl nicht antun und die sich jetzt unabhängig macht. Bravo. Sehr gut. Viele Frauen meinen, wenn sie einen Idioten haben und dann schwanger von ihm sind, haben sie das Gefühl, jetzt bin ich an ihn gebunden. Weil ich bin ja jetzt schwanger. Dabei ist es viel einfacher, sich einfach loszusagen und diesem Menschen Besuchsrecht einzuräumen, anstatt dann zwei Kinder groß zu ziehen. Das übersehen manche Schwangere, die das Gefühl haben, jetzt brauche ich seine Unterstützung. Nein, also natürlich braucht es die Unterstützung vom Papa, aber wenn es ein Idiot ist, wenn es noch ein Kind ist, dann, Schätzchen, dann ziehst du zwei Kinder groß. Anstelle von einem richtigen, wahren Kind. Ja. Nein, sehr gut. Sehr gut. Königin der Kirche, definitiv eine schwangere Dame, die hier sich lossagt von jemandem, ja, ich habe hier zwei Schwangere auf diesen Bildern. Schütze, diese Befreiung, die du hier durchführst, wird dafür sorgen, dass du hier dann eine Klarheit im Herzen haben wirst. Jetzt wird es gefährlich für jene, wo ich gesagt hatte, das muss nicht eine Trennung darstellen. Das hier ist so diese Unabhängigkeit, diese Zeit für sich, die du, Schütze, dir einräumst und dann dadurch hier Klarheit hast in Bezug auf dein Herzen, in Bezug auf das, was dein Herz will. Ich sehe hier einige Schütze an den Strand gehen, ja, ja, da gehen einige an den Strand hier. Ach, der Kirche. Das ist so das letzte bisschen, diese letzte Portion an Schützen. Ja, Schütze ist schon seit letztes Jahr dabei, den Rücken zuzukehren. Und hier passiert jetzt die letzte Portion, ach, der Kirche, wo auch immer du da hingehst, von was auch immer du dich da ablöst, Schütze, vorübergehend. Es lässt dich hier jetzt verstehen, was dein Herz wirklich will und lässt dich jetzt hier die Kraft finden, um dem, was dich nicht erfüllt hat, hier ist eine Lehre, ja, den Rücken zuzukehren. Seit Ende Jahr ist Schütze dabei, sich abzukehren und seit Ende Jahr bekomme ich Dislikes von jenen, die verlassen werden. Denn Schätzchen, es ist nicht nur eine Legung bei Schütze, die so kommt. Das ist schon seit letztes Jahr, ja, ist das so bei Schütze und ein Like oder Dislike ändert nichts daran, ja. Ich bin hier die Wahrsagerin und sage die Wahrheit. Die Schützen können es bestätigen. Die Schützen können es bestätigen. Ich werde hier, Entschuldigung, mit dem Rider-Waite, da, Schütze, deine Karte, du ziehst dich zurück. Mit diesen Karten hier werde ich eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten, Schütze, werde ich fragen, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Du hast hier jemanden ins Auge gefasst, ja, einen König der Kirche. Hier geht man, um zwei der Kirche sich zu holen. Ja, da gibt es jemanden. Moment. So, da wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Ziel gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.